Guten Tag, herzlich willkommen zur absoluten Endrunde unseres Freukrafts-Castings. Sie haben als Kraft, als wenige drei von 35.000 Bewerbern sind Sie in der Endrunde gehandelt, für unseren neuen besten Freund. Zu guter Letzt müssen wir jetzt nur noch ein paar Fragen an Sie stellen und danach wird es ein Bild abgeben. Mal sehen wir es jetzt. Sind Sie pünktlich? Auf die Sekunde genau. Also ich finde es sehr wichtiger, dass die anderen pünktlich sind. Was sind Ihre Stärken und was sind Ihre Schwächen? Ich kann sehr deutlich sagen, wenn mir etwas nicht gefällt. Also damit müssen Sie dann auch leben können, dass ich sehr direkt bin. Ich bin jetzt nicht so kritikfähig, wenn ich ehrlich bin. Aber stört das? Nein. Also ich bin nett, sympathisch, höflich, zuvorkommend, freundlich. Wie stellen Sie sich Ihr Leben in fünf Jahren vor? Da bin ich fünf Jahre älter. Geld verdient. Das wäre mal was. Was steht denn in Sprüche 17 Vers 8? Bitte was? Waschmaschinen leben länger mit Calgon oder? Ja, wahrscheinlich. Nutella oder Nutassi? Sind Sie Single? Nutella. Ja. Ja. Sind Sie Raucher? Diesel oder Benzin? Adidas. Nicht Diesel. Nutella. Auf keinen Fall. Also probieren wir das schon mal. Warum möchten Sie unser neuer Freund sein? Kann ich bitte die Frage nochmal geben. Möchten Sie mein Freund sein? Ja. Unbedingt. Na ja, also ich habe jetzt ehrlich gesagt niemand da so ungewunden. Was ist Ihnen in einer Freundschaft wichtig? Was wichtig ist eine Freundschaft ist doch eigentlich, dass man wahrscheinlich bloß... Einen Mund? Einen Mund ehrlich gesagt. Nein, das Wichtigste an Freundschaft ist doch nun, dass ich verschalten werde, oder? Und dass mein... Ich meine... Dass ich... Dass meine Gefühle in Ordnung werden. Und dass ich auch mal wichtig bin. Und ähm... Wie? Dass da jemand für mich da ist, oder nicht? Ja. Liebe. Hä? Ja. Wir haben schon eins gesagt. Ich verstehe kein Wort. Frau. Ich verstehe kein Wort. Frau. Ich verstehe kein Wort. Nein, nein. Freundschaft. Frauen. Danke. Ähm... Wir werden uns bei Ihnen melden.